Hallo, ich schaffe es heute leider nicht ein richtiges Video zu machen, aber ich habe noch was zu dem Fantreffen zu verkündigen, daher das Infovideo. Und zwar habe ich ja letztes Mal abgestimmt, wie viele Leute ungefähr kommen werden und es werden ca. 800. Also 757 ist der momentane Stand, allein das ist schon echt der Hammer. Ja, wir haben ja nur einen 100 Slot Server an sich. Das Ding ist, der Server, der mit den 100 Slots, wurde mir von dem Kanal Die Gaming Freaks angeboten. Der Kanal ist nicht mehr verfügbar und ich kann die nicht mehr erreichen. Jetzt weiß ich auch nicht, was ich da machen soll. Jetzt wurde mir noch ein Server angeboten mit viel, viel mehr Slots, dass wir das alles in zwei Tagen ungefähr schaffen können von Gamecraft 3D, so heißt der Kanal. Und ich werde wahrscheinlich darauf zurückgreifen, weil ich jetzt keine Alternative mehr habe. Und ja, somit möchte ich euch, ich kann euch noch kein genaues Datum nennen, aber ich schätze, nächste Woche, spätestens übernächste Woche, findet das Fantreffen dann statt, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Ich kann euch, wie gesagt, noch kein richtiges Datum sagen, aber halt schon mal ungefähr den Zeitraum. Es ist natürlich ein ziemlicher Aufwand, das jetzt vorzubereiten. Ich setze mir jetzt mal demnächst mit Gamecraft 3D in Kontakt und dann klären wir das ab. Ja, das wird auf jeden Fall eine große Sache und soweit wollte ich euch das schon mal informieren. Und falls jetzt die Gaming Freaks, die mir zuerst den Server angeboten haben, das seht, das sieht, ich kann sie einfach nicht mehr erreichen. Ich habe versucht, sie zu erreichen, aber der Kanal ist weg. Ja, dann sollen sie sich mal bitte bei mir melden, damit wir das nochmal abklären können. Ja, und gut, ja, Freude schon mal drauf, es wird auf jeden Fall stattfinden. Kann nur eins bis zwei Wochen dauern, aber dann ist es soweit. Und ja, ich kann nochmal kurz sagen, es sind auch schon wieder Rap-Sachen am Laufen. Kann ich noch nicht hundertprozentig sagen, wann das kommt, weil da eine Zweitstimme dabei ist und das klappt momentan nicht so oft. Aber ja, es ist alles am Laufen, es kommt auf jeden Fall noch was, damit ihr Bescheid wisst. Und gut, jetzt habe ich also ein paar Infos rausgehauen und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein, lasst knacken, bis dann.